Hailey Bieber gibt ehrliche Einblicke in ihre Schwangerschaft Gemeinsam mit Ehemann Justin Bieber gibt die Beauty vor wenigen Tagen auf Instagram bekannt, dass sie ihr erster Nachwuchs unterwegs ist. Hailey scheint überglücklich zu sein, dass die schöne Neuigkeit jetzt endlich publik ist. Regelmäßig teilt sie seither Schnappschüsse in den sozialen Medien, die ihre wachsende Kugel perfekt zur Geltung bringen. Sei es beim relaxenden Schlabberlook oder im glitzernden Crop-Top, die werdende Mama weiß, wie sie ihren Babybauch in Szene setzt. Die ersten Schwangerschaftsgelüste plagen sie ebenfalls. Ihr skurriler Lieblingssnack sind derzeit Gurken mit Eiersalat und scharfer Soße, die sie voller Freude im Netz verschlingt. Hailey und Justin sind ganz aus dem Häuschen über ihr Babyglück, wie ein Insider laut Us Weekly erklärt. Hailey kann das nächste Kapitel kaum erwarten und sie weiß, dass Justin ein toller Vater sein wird. Bis dahin genießt sie ihre Schwangerschaft in vollen Zügen.